Vergrößern Verkleinern Daniel Sievert pfeift seit 2012 in der Bundesliga Urheberrecht Getty Images Bundesliga-Schiedsrichter Daniel Sievert gehört künftig der First Category an und darf internationale UEFA-Spiele pfeifen. Damit schließt er zu einem deutschen Trio auf. Bundesliga-Schiedsrichter Daniel Sievert ist von der Europäischen Fußball-Union UEFA für die nächste Saison befördert worden. Der 34-Jährige aus Berlin steigt in die sogenannte First Category auf. Sievert ist seit 2007 DFB-Schiedsrichter und hat seit 2012 in der Bundesliga 76 Spiele gepfiffen. Partien auf FIFA-Ebene leitet er seit 2014. In der zweithöchsten Kategorie des internationalen Schiedsrichter-Wesens ist Sievert neben Manuel Gräfe, Tobias Stieler und Tobias Welz der vierte deutsche Unparteiische. Punkt. Zur Elite-Kategorie der höchsten Einstufung gehören WM-Schiedsrichter Felix Brüch, Dennis Eitekin und Felix Zweier. Punkt.